Ich möchte entweder acht, sechs oder zwei. Okay, gut und cool. Sehr hoch. Viel wäre auch okay. Hallo bei den Spielzeugtestern. Heute sind es nur noch zehn Tage. Stimmt. Also der zweite Tag, das zweite Türchen. Welches wird's? Wir nehmen grün. Grün? Achso, du meinst das Gummiband. Nummer zehn. Nummer zehn. Das ist das hier. Ich überlege gerade, was da drin war. Ich weiß es nicht mehr. Ja, dann mach mal auf. Warum kann ich mich nicht erinnern? Ich? Ach. Das sind diese wiederverschließbaren Wasserbomben. Aber die können wir gar nicht testen, weil es ist nicht warm. Wir haben 17 Grad. Da ist nämlich wie so eine Art Magnet drin. Wollen wir einmal ausprobieren? Da ist Angst, dass wenn ich so mache, die platzen. Ja, du musst ja nicht so machen, Schnucki. So, Hannah befüllt mal eben. Oh, du hast da direkt Besuch. Das war nur eine Fliege, Schnucki. Ja. Es wird gerade mal eben mit Wasser befüllt. Warte, wir versuchen mal zuzugucken. Oh nein. Oh nein. Sag nicht. Hast du runtergefallen? Oh. Hör mal. Ist er schon voll? Ja. Und versuch ihn mal gegen den Pool zu werfen. Okay. Also das hat funktioniert. Jetzt versuch ihn mal wieder zuzukleben. Oh nein. Aber scheint soweit zu klappen, ne? Füll ihn nochmal. Und nicht runterfallen lassen. Oder unterm Wasserhahn natürlich. Aber wenn man draußen ist beim Pool, bietet sich natürlich auch ein Pool an. Guck mal. Aber darf ich mal anfassen? Ja, ich konnte den nicht richtig voll. Aber witzig, dass das hält, ne? Tatsächlich. Faszinierend. Ja, aber auf die Steine. Ich weiß nicht, ich hätte... Wahrscheinlich lieber irgendwie auf... Ja, jetzt bist du nass. Hallo. Wahrscheinlich eher auf dem Gras, weil sonst gehen die bestimmt irgendwann kaputt, Schnucki. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.